Die Endnote für diesen Beko-Artikel ist 8.8 von 10 Punkten. Es ist derzeit das am meisten gewünschte. Ein ausgezeichnetes Produkt, das sich durch hohe Qualität auszeichnet, sicherlich eine der besten Lösungen für diese Art von Artikel. Wenn Sie weitere Informationen wünschen und den Preis für diesen Artikel erfahren möchten, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. Die abschließende Bewertung dieses Siemens-Artikels ist 9.2 von insgesamt 10 Punkten. Es ist das exklusivste in dieser Auswahl. Es handelt sich um einen Artikel aus hervorragenden Materialien und mit einer Gesamtqualität, die weit über der Norm liegt. Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Produkt wünschen oder es kaufen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung am Ende des Videos. Die Endnote für dieses Bosch Hausgeräte-Produkt ist 9.2 von 10 Punkten. Es ist derzeit das naheliegendste in dieser Auswahl. Die wichtigsten Merkmale sind Langlebigkeit, Geräuschwegel, knitterfrei. Sie können dieses Produkt kaufen oder weitere Informationen erhalten, indem Sie auf Link am Ende der Videobeschreibung klicken. EG wurde mit diesem Artikel eine Endnote von 9.2 von 10 gegeben. In dieser Kategorie ist es derzeit mit 326 Gesamtbewertungen das am höchsten bewertete. Hier sind seine besonderen Merkmale. Frische, Pflegeleichtigkeit, Geräuschwegel, Preis-Leistungsverhältnis, Knitterfrei, Stromverbrauch. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind und mehr darüber erfahren möchten oder einfach nur den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.